Musik Lernort Bezirk, Schulen und Jugendgruppen auf Erkundungstour. Der Bezirk Oberfranken hat vielfältige Aufgaben in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Kultur, Landwirtschaft und Fischerei. Lernort Bezirk bietet Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 bis 11 und Jugendgruppen die Möglichkeit, einen Tag lang den Bezirk und seine Einrichtungen kennenzulernen. Auf der Webseite stehen umfangreiche Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. Die Schulklassen können sich so gut auf den Besuch beim Bezirk Oberfranken vorbereiten. Vormittags steht der Besuch der Bezirksverwaltung auf dem Programm. Beim Rundgang darf die Besichtigung des Sitzungssaals des Bezirkstages nicht fehlen. Die Schülerinnen und Schüler nehmen auf den Stühlen der 17 oberfränkischen Bezirksräte Platz. Im Anschluss haben die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, sich mit einzelnen Mitarbeitern der Bezirksverwaltung zu unterhalten. In den Interviews können sie Fragen stellen, die im Unterricht offen geblieben sind oder die sie besonders interessieren. Dabei wird eifrig diskutiert und mitgeschrieben. In den landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Oberfranken gibt es für alle ein leckeres Mittagessen. Am Nachmittag geht es dann weiter zu einer Einrichtung des Bezirks, zum Beispiel in die Lehranstalt für Fischerei in Aufsees. Oder die landwirtschaftlichen Lehranstalten in Bayreuth. Möglich ist auch der Besuch eines Kooperationspartners, wie zum Beispiel der Maximilianshöhe in Bayreuth. Spannend ist auch ein Einblick in die Arbeit des Bezirkskrankenhauses. Hinter den Jugendlichen liegt ein erlebnisreicher Tag beim Bezirk Oberfranken, von dem sie viele spannende Eindrücke mit nach Hause nehmen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.